Jo, willkommen zurück! Hier ist irgendwo eine kranke Zaubermacht am Werk. Ich geh jetzt hier rein mit meiner Keule und meinem Heilungszauber. Weißt du, voll schnell kaputt ges... Kaputt geschlagen, die Olle. Oh, geil! Den letzten Part hat er voll lang gedauert. Ich geh bieten in einer kranen Energie. Niemand muss mir helfen. Hat's denn schon kaputt gehauen? Ne Kommode. Ah, toll, ein Hut. Ich will keinen Hut. Ich will Zauberbücher, Gold. Da haben wir schon mal Gold. Jetzt fehlt nur noch ein Buch. Mal sehen, wer hier oben noch sein Unwesen treibt. Niemand. Aber hier sind ein paar Säcke und ein leeres Fass. Ein großer Sack. Komm, hier muss da irgendwas zu holen sein. Boah, krass. Der hat zwei Zauber in der Hand. Ach, ich hab dir so einen Schutzzauber an. Ich verstehe. Jetzt geht er eigentlich kaputt. Oh. Hätte auch knapp werden können. Aber war nicht. Oh. Was? Ich kann wieder nicht mehr tragen. Schande über mich. Oh, was haben die denn hier gemacht? Ich durchsuche die Leiche. Und jetzt lasse ich mal was fallen. Ein paar Objekte, die ich zu viel habe. Waffen. Dem bestimmt nicht. Auch nicht. Ach komm, für 100. Nein, was habe ich getan? Oh, ich hasse es. Eher fallen lassen. Stahlstreitkolben. Tschüss. Tschüss. Und in der Einhand meinen unerbitterliche Macht. Ich vergesse es immer wieder, den Drachenschrei auszulösen. Ja, geht doch. Hä? Da hätte ich jetzt eigentlich eine Tür vermutet. Dann nehmen wir die. Festung am Moll. Müsse von innen hier eigentlich relativ groß sein. Ist da jemand? Wo? Das war schon alles. Geh nicht drauf. Ah, die ist ein bisschen gestört, was? Wow. Fuck. 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 Voll unterbrochen. Das war schon alles. Wirklich? Voll unterbrochen. Was macht die denn da? Was ich da mache? One-hitten. Hellsehen kenne ich schon. Ein Drossel-Ei. Stab der Funken. Gewicht 8. Nehme ich mit. Funkenflug. Holz. Oh, hier leuchtet was. Magierrobe. Da komme ich wieder raus aus der Festung. Oh, Arcana-Verzauberer. Wie war das nochmal? Entzaubern, genau. Was habe ich denn jetzt gelesen? Äh, gelernt. Gelesen ist gut. Ho. Verzauberung verbessert auf 24. Oh, wenn man überlegt, ey, was die Dinger wert haben. Schon krass. Aber egal. Magiker absorbieren. Wodrauf? Ja, auch nicht schlecht. Veränderung verstärken. Magiker 20% schneller. Ladungen 4. Nein. Okay, stellen wir das her. Ach, wähle ein Gegenstand, auf der verzaubert wäre Seelenstein. und Gegenstand. Natürlich kann ich im Moment nichts kombinieren. Verzauberung abbrechen. Yo. Das zahlt sich bestimmt irgendwann mal aus, dass ich mein ganzes Zauberzeug davor ballert habe. Da-da-da-da. Da-da. Da-da. Auf 28. Ein Besen, ein Besen, ein Besen, ein Topf und noch irgendwas. Cool. Im Sprung mal eben angehalten, geguckt. Großer Sack Kohl. Großer Sack Kohl. Kleiner Sack. Und hier oben sind noch Zaubertränke. Adept, komm, das muss doch gehen. Nein. Nein, oah. Hoho, was ist drin? Bestimmt wieder nur Gold. Ah, gut, ein Seelenstein noch dabei. Himmelsrand. Hier muss doch noch irgendwo... Oh, da war was. Ne, da ist nichts mehr. Das Eis hält sich aber lange, das muss ich ja schon mal sagen. Zauberbuch, leichter Schutz. Das für im Moment. Wie schon erwähnt, ich klicke die Bücher einfach mal an, auch wenn die sich scheiße anhören. Vielleicht... Na, wollte ich doch gar nicht. Ähm, möglicher besteht ja, dass man da was lernt, in dem Moment, wo man es aufnimmt. Wobei, bei solchen Titeln, glaube ich, eher weniger. Boah, eine Säge, da könnte ich die alle zersägen. Feuersalze. Aber vielleicht soll ich nur noch Bücher aufmachen, wo der Titel vielversprechend klingt. Und langsam wäre es mal wieder Zeit für eine schöne neue Waffe. Eine Stichwaffe hätte ich mal wieder gerne. Wo es sich natürlich auch lohnt, mit der rumzulaufen. Nicht einfach so. Ich glaube, hier war ich eh schon drin. Ja. Und somit kann man Festung am Moll abhaken. Oh, ne, Moment, ein Kerker ist hier noch. Ist da jemand? Aha. Wunsch! Verdammt, ich brenne. Ja. Ah, damit hat's wohl nicht gerechnet. Was war da? Am Blasenpilz? Los, Pilz. Naja, sag ich jetzt lieber nicht. Der Aufstand. Ne, ich werde das nicht jedes Buch hier anklicken. Amulett der Könige. Was immer es ist, ich drück's mal an. Ich mein, so lerne ich ja auch immer. Ich brauchst nur die erste Seite von dem Buch aufmachen. Dann bin ich direkt schon viel schlauer und weiß Bescheid. Der Battleprinz. Ach, schade. Ich dachte, das gibt irgendwie Reden oder so. Da ist noch ein Seelenstein. Winziger Seelenschein. Ich brauch große Seelensteine. Los. Holzschale, Topf. Was hat sie denn noch? Ein kleines Geweih. Ein Arschgeweih? Ne, hat sie nicht. Hab ich gerade gesehen. Was hat denn? Regnet das hier drin? Sieht so aus. Verstehe ich nicht, aber egal. Man findet hier aber sehr, sehr wenig. Und in der Mitte ist auch nichts. Okay. Weiter Richtung den Bärten. Wo war denn hier nochmal der Ausgang? Da. Jetzt muss ich nur mal im Schauen. Ich denke mal, dass man hier hoch muss. In Riffton. Wie heißt die Stadt, wo diese sich befinden? Ich denke mal Riffton. Riffton. Ah, nicht wirklich. Nicht wirklich. Na, doch, hierher. Und wenn ich da hochgehen sollte. Ja, doch. Ich nehme einfach mal den, wie ich hier. Der wird ja da oben in das Waldstück reinführen. Ach man, schon wieder im Arsch. Ha, fällt mir was ein. Objekte, Bücher. Benutzen. Du kennst bereits Heilung. Du kennst bereits Flammen. Hellsinn kenne ich auch. Leichter Schutz kenne ich noch nicht. Mineralerz umwandeln. Wandelt einen Klumpen rohes Eisenerz in Silber oder Silbererz in Gold um. Wenn der Zaubernder welches bei sich trägt. Schutzgeist beschwören. Obwohl ich wahrscheinlich 30 bis 50 Prozent dieser Zauber, die ich finde, nicht benutzen werde. Und rennen werde ich jetzt nicht, weil meine Ausdauer geht dann ohne. Ja, lauf. Aber ich habe mal wieder Bock auf Flammen. Nein, jetzt ist dieser Stein am Boden, hat mich aufgehalten. Welch eine Aussicht. Oh Mann. Also bei mir würde, wenn ich bergauf nur laufe, meine Ausdauer schon runtergehen. Ja, wo sind sie denn? Oh, was ist das denn? Achso, ein abgerissener Baumstamm. Ja, das habe ich nicht erkannt von da hinten. Es ist zu weit weg. Schäge. Oh, es brennt der. So ein rollender Feuerball ist jetzt auf den Boden gefallen da unten. Wollte schon sagen, ich komme hier an den Hasen ran. Aber der Weg sieht hier gar nicht mal so schlecht aus zum Hochlaufen. Außer er zeigt zumindest schon mal in die Richtung des Pfeiles. Weil natürlich nur ein bisschen stört, dass hier gar nichts passiert. Ein paar Banditen oder dergleichen wäre nicht schlecht. Oder mal so eine Höhle zur Abwechslung. Aber hier ist irgendwie, ist hier nichts. Hier so gerade eben nichts. Rennen den halben Party schon hoch. Oh. Ein Troll. Alter, der hält aber viel aus. Muss ich ja schon sagen. Achso, scheiße. Und der regeneriert sich, dass er fies. Gerade noch beschwert. Jetzt renne ich weg. Wenn ich ehrlich bin, warte ich auch auf meine Begleiterin. Ha! Da ärgert er sich. Okay, das ist nichts für meine Stufe. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie viel er abzieht, wenn er mich trifft. Aber das kann nicht wenig sein. Weil ich ziehe dem mal so gar nichts ab. Oh, fuck. Da rennt jetzt oben her, der Wichser. Aber ich muss da hoch. Oh nein, wo ist er denn? Vor allem meine, meine... Meine Sklavin ist auch nicht mehr hier. Jetzt kommt mal hier so ein toller Gegner und dann muss ich abhauen, weil ich Angst vor dem hab. Und wie weit muss ich denn noch? Oh, gar nicht mehr weit. Oh. Ja. Ja, schieb mich mal weg, du beschissene Ziege. Oh, endlich. Warum arbeiten die nicht noch mehr an dem kleinen Feld? Sehr schön. Aber wohin zeigt denn dieser Pfeil? Ach, guck mal, hier geht noch eine Treppe rauf. Die Stadt nehme ich mir dann gleich vor, wenn ich weiß, was die hier von mir wollen. Ein Schrein. Oh, ein Drache. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich glaub, die Treppe, die ist wahrscheinlich anstrengender als hilfreich. Mann, noch höher, ey. Ich seh das schon. Wenn ich gleich oben bin, muss ich erstmal einen Cut machen. Ein Wolf? Wo ist denn der Wolf? Da unten. Aber man muss ja nur ein Mal da hochlaufen. Dann benutzt man einfach die Schnellreißfunktion. Yippie. Die grillen noch ein paar Zehen unterwegs. Kommt grad noch einer an. Ha, Einhändigkeit verbessert. Hoah, hoah. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Habt ihr die Graubärte Do-Wa-Ki-Hin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Bis zum nächsten Mal. Kein Problem. Komm, neue Stufe. Neue Stufe. Wir nehmen Gesundheit. Ja, genau. Und schwere Rüstung. Nächster Rang. Ah, ich lasse es nochmal offen. Ich lasse alles immer offen. Ich kann mich nie entscheiden. Sobald ich ein Schwert habe, kann ich mich aber entscheiden. Oh, fuck. Eis wollen wir auch noch. Ja, ist klar. Ich weiß mich noch öfter. Und Zeit für einen Trank. Krass, die halten ja was aus. Bleib hier. Na gut, so leid ist mir tot. Der Part war ja nur von Latscherei. Der zeugte nur von Latscherei. Jetzt stelle ich mich mal eben auf den Felsen und mache mal hier einen Cut. Also sage ich mal, bis zum nächsten Part. Im nächsten Part sollte ich es eigentlich da hoch schaffen, endlich. Und den Story-Verlauf weiterführen. Also bis zum nächsten Part. Tschöö. Tschöö.